hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute dem video geht es darum was kann ich tun oder woran liegt es wenn meine weinrebe oder mein weinstock keine weintrauben hat also keine früchte trägt und auch gar nicht geblüht hat welche ursachen welche gründe kann das haben was kann ich dagegen machen das möchte ich euch hier in dem video einmal erklären bevor wir loslegen würde ich mich wahnsinnig freuen wenn jetzt einmal unten kostenlos meinen youtube-kanal abonniert für die die es noch nicht gemacht haben ihr unterstützt mich damit wahnsinnig um auch weiterhin für euch hier diese videos zu machen und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen zuschauer der dazukommt genauso wie auch über den daumen nach oben wenn euch das video gefallen hat ja legen wir gleich mal los oft kennt man es man geht in baumarkt oder ein gartencenter und kauft sich so eine weinrebe und meistens ja hängen da schon kleine weintrauben dran da denkt man hey cool kann ich ja gleich direkt dann zu hause schon ernten wenn ich es eingepflanzt habe und im nächsten jahr passiert dann nichts mehr das ist durchaus normal wenn man eine weinrebe pflanzt kann es ein zwei ja manchmal sogar drei jahre dauern bis die wieder blüht und bis sie auch weintrauben ausbildet in manchen fällen kann es aber auch sein dass es nächsten jahr wieder funktioniert müsst ihr ein bisschen gucken das kann halt einfach mal dauern das heißt habt am anfang erstmal ein bisschen geduld da muss es noch nicht mal unbedingt sein dass ihr irgendwas verkehrt gemacht habt sondern es braucht halt einfach zeit das ist im garten bei sehr vielen sachen so da kann man wunderbar auch geduld lernen ja aber es gibt auch noch viele andere möglichkeiten wo man was falsch macht und die möchte ich jetzt im einzelnen mit euch hier mal durchgehen ja meine weinrebe hat übrigens dieses jahr auch nicht getragen ich habe sie aber jetzt auch erst hier im letzten jahr umgepflanzt von daher ist das ja ganz normal an den neuen standort muss sie sich erst mal gewöhnen und ich muss natürlich auch sagen der standort ist nicht wirklich 100 prozent ideal denn so ein bisschen fehlt hier manchmal auch die sonne das heißt wenn euer weinrebe oder weinstock halt zu schattig steht dann kann es schwer werden mit der blütenbildung und auch mit weintrauben dann natürlich hier wird wirklich sehr viel sonne benötigt und man muss bei dem standort auch aufpassen dass er warm sonnig halt ist wir brauchen wirklich viele sonnenstunden er sollte aber auch so ein bisschen vor frost schützen gerade wenn man noch mal im frühjahr so ein spät frost kriegen das haben wir dieses jahr auch gehabt da hatte ich leider noch mal frost schaden an meiner weinrebe wind geschützt ist also auch gut da müsst ihr also auch darauf achten und am besten ist es wenn man so macht wie ich wir es im hintergrund sehen könnt eine hauswand im hintergrund die halt auch ein bisschen wärme zurückstrahlt und vor allem auch wärme speichert eine hauswand die richtung südosten oder südwesten ausgerichtet ist ist sehr ideal wenn ihr also da nicht den perfekten standort habt kann das auch mitunter schon ein grund sein warum eure weinrebe keine weintrauben hat ja vorhin hatte ich gesagt wenn die pflanzen noch zu jung sind oder neu umgepflanzt worden kann es mal zwei drei jahre dauern so alt sollte dann die pflanze auch sein wie sie überhaupt in der lage ist weintrauben zu tragen es gibt aber auch pflanzen die sind dann einfach irgendwann zu alt winzer sagt so ab 50 jahre wenn die weinrebe 50 jahre alt ich meine das ist schon wirklich sehr alt dann sprechen die von unwirtschaftlichen weinreben und die werden meistens entfernt manchmal dann auch noch verkauft und da braucht ihr euch nicht wundern wenn das nicht ganz so gut klappt mit den weintrauben deshalb manchmal kann es auch sein dass die pflanze einfach zu alt ist dann kann man natürlich nicht mehr viel machen außer sich vielleicht eine neue kaufen und ja dann auf ein jüngeres exemplar zurückzugreifen bevor wir jetzt gleich noch zum thema schnitt kommen denn das kann auch ein grund sein kommen wir erstmal zu der unterpflanzung und auch zum thema düngen denn das sind auch ganz wichtige sachen wenn ihr was an eurem weinrebe pflanzen möchtet dann nehmt keine starkzehrer die eurer weinrebe dann die nährstoffe wegnehmen lavendel kann man problemlos nehmen und das ist kein starkzehrer die kommen wirklich mit sehr wenig nährstoffen aus das macht also der weinrebe nichts aus aber sie braucht nährstoffe das sollte auch regelmäßig gedüngt werden wenn man das nämlich nicht macht dann kann es auch passieren dass ja nichts passiert dass er keine weintrauben habt somit solltet ihr ende april eine gründüngung durchführen das regt auch so ein bisschen das wachstum eurer weinrebe an und sorgt dafür dass sie austreibt dass sie ja blätter bildet und gegen ende juni sollte man dann erneut düngen das ist dann zur blüten und fruchtbildung das ist auch ganz wichtig dass das dann gemacht wird weil dann werden auch nährstoffe benötigt ja hat man dann keine zur verfügung kann das auch mitunter ein grund sein warum nur wenig oder vielleicht auch gar keine weintrauben ausgebildet werden vor der ernte ja meistens so ab ende august ja die erntezeit aber vor der ernte sollte auch noch mal gedüngt werden das ist august september rum damit stärkt man die pflanze dann auch vor allem auch wenn es dann in richtung winter geht ja jetzt den rückschnitt hier im einzelnen zu erklären das würde den rahmen des videos sprengen da kann ich wenn ihr möchtet gern noch mal ja mehrere videos sogar drüber drüber machen denn es gibt nicht nur ein schnitt es gibt verschiedene schnitte aber wichtig ist dass die weinrebe geschnitten wird denn weintrauben bilden sich nur am einjährigen fruchtholz das bedeutet hier muss geschnitten werden einjähriges fruchtholz wäre dann so man würde es jetzt auch im winter dann zurückschneiden da gibt es verschiedene schnitte für anfänger für fortgeschrittene je nachdem wie weit man runterschneidet das muss ich tatsächlich alles mal erklären aber wer sein wein nicht zurückschneidet ja dann verwildert er irgendwann und bildet auch weniger fruchtholz und somit dann halt auch weniger oder vielleicht auch gar keine weintrauben deshalb ganz wichtig weinreben müssen geschnitten werden sonst wenn man das nicht macht ja buchert er nachher auch überall durch vor allem kann es halt auch passieren dass solche triebe länger werden vielleicht auch richtung boden gehen dort auch neu einwurzeln und ja normalerweise sind die weinreben wie wir sie kaufen können auch gegen die reblaus veredelt das heißt dass sie dagegen nicht so anfällig sind wenn die sich jetzt aber neu einwurzelt haben wir die veredelungsstelle nicht und sie kann dann anfällig werden gegen die reblaus und kann dementsprechend dann auch kaputt gehen deshalb ganz wichtig zurückschneiden ja bei mir ist es auch so ein bisschen wahrscheinlich das schattige plätzchen hier haben wir einfach mehr sonne und hier könnt ihr schon sehen da bilden sich schon weintrauben hier hängt also was dran weiter oben hatte ich vorhin auch noch was gesehen und auch hier in dem bereich hängen einige weintrauben dran die pflanze ist jetzt auch noch nicht so alt man kann das aber auch hier schön rüber rangen über so ein rosengerüst ja das war es auch mit den gründen warum die weinrebe keine früchte trägt beim rückschnitt kann man im prinzip auch nichts so falsch machen dass alles verloren ist in der regel treibt die weinrebe wieder aus das heißt wenn ich ja auch mal weit und radikal zurückschneidet dann ist das nicht so schlimm sie wird also auch wieder neu austreiben man sollte natürlich bei der weinrebe die ihr eben gesehen habt nicht zu sehr einfach in den stamm oder alter ins alte holz reinschneiden zu tief dann kann es auch sein dass es schwer wird mit dem neu austrieb aber bei solchen jüngeren pflanzen hier ist es auch in der regel kein problem die verzeihen also auch einen starken rückschnitt oder auch den einen oder anderen schnittfehler aber das kann ich gern in einem anderen video zu gegebener zeit noch mal zeigen ja das war's ich hoffe das video durch gefallen noch weitergeholfen wenn ja lasst gerne daumen nach oben da abonniert gerne meinen youtube kanal das ganze ist für euch kostenlos und wir sehen uns dann vielleicht auch in einem der nächsten videos wieder macht's gut bis dahin